Alex, du musst dein Zimmer noch aufräumen. Frisst du schon wieder? Schling dich so und sau die Küche nicht so ein. Du isst immer so viel wie ein Monster. Mutter, sei doch mal ruhig auf zu nerven. Dann musst du dich noch bei Onkel Peter bedanken für den netten Ausflug. Und zieh dich anständig an. Denk dran, du musst dir die Haare schneiden lassen. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Toast. Ananas Aus der Dose Scheiblettenkäse Und Schienen Den Ofen vorheizen Und rein damit Auf die mittlere Schiene Das ist der Hawaii Toast Toast dabei schmeckt allen gut Was ist mit dir? Na 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 Der schmeckt wirklich klein und gut Wichtig ist das Weißbrot Ist doch klar Na 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 Das ist der Hawaii Toast Toast dabei schmeckt allen gut Was ist mit dir? Na 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 Spindet in der Nottrust Das ist der Hawaii Toast Den mag ich so Der Käse ist verlaufen Der Toast ist fertig Schnell den Tisch gedenkt Ich hab Hunger Schmeckt gut der Toast Ich will noch einen Guten Appetit Na 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 Das ist der Hawaii Toast Toast dabei schmeckt allen gut Was ist mit dir? Na 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 Der schmeckt wirklich klein und gut Wichtig ist das Weißbrot Ist doch klar Na 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 Das ist der Hawaii Toast Toast dabei schmeckt allen gut Was ist mit dir? Na 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 Spindet in der Nottrust Das ist der Hawaii Toast Den mag ich so Das ist der Hawaii Toast